ja komm her hier weicht auch gut aus das ist ja nicht oft so noch mal schöner eine hellen die bräuchte er hat mich wieder aber egal das kann man ja auch mal zeigen wo alles klar da reichst du wieder was aus der wand ausweichen wieder angreifen schön mit den hermes egal komm her ich will dich eigentlich mal besiegen nein das wollte ich nicht komm jetzt nein ach ich habe doch noch nicht die Klinge an sonst hätte ich mal das muss ich noch mal langsam besiegen der Kampfer nicht aber das nächste Mal weiß ich auch was versprochen der Inga hat wegen Kreis über ihn na egal dann noch mal den jetzt und nach oben und nach oben rennen komm jetzt das was du musst es schiffen ja 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 Und wir haben ihn besiegt. Herkules. Und haben seine Nemesis-Löwen. Kardos, du besitzt uns die gynäischen Löwen. Bringe mit Hilfe ihrer Garten die Erde zum Willen. Und wir haben ihn besitzt. Und wir haben ihn besitzt. Und wir haben ihn besitzt. Ganz genau, mit den Dingern können wir nämlich Diese Kristalle Endlich Endlich, endlich Zerstören Und damit dann auch Unser Ziel schneller näher kommt Also machen wir das nochmal So, das wäre dann soweit zerstört Ich kann jetzt den Schalter betätigen Und müssten dann glaube ich sogar wieder zurück Ja Herkulas ist immer noch da Sein Körper, nicht sein Gesicht Das haben wir ja zu Brei geschlagen Eine sehr eklige Sache Wieder mal Und da sind auch schon die Gegner, die ich meine Die kann man nämlich auch zerstören Also deren Schilde Also sage ich mal, kommt her Oh, ich könnte eigentlich mal aufpushen Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie Ich glaube einmal reicht ja Das erste So So Und bitte meine Kling nochmal aufpushen Da fehlt aber glaube ich noch 1000 Knapp 2000 So Und einer Ins Getümmel Was ist los Leute? Wollen wir nicht spielen? Kommt da her Ihr wollt ja doch zuerst Oh Mann Oh Mann Oh, jetzt kommt Oh Kein Bock mehr Oh, man kann sogar Wenn man abwärts Und dann drückt Ja Dann kommen wir auch Teilweise Klingen raus Machen sie mich so einen Rundumangriff Sehr cool gemacht Wir können natürlich Wechseln die Waffen Aber wie gesagt Wenn wir jetzt die neuen Waffen haben Dann will ich auch Ähm Die erstmal benutzen Ah, die sind da unten Genau Mich die erstmal benutzen Und wir können uns ja mal Unseren netten Freund Herkules nochmal angucken Mal gucken Das Ende werdet ihr genauso gleich sehen Ja, wir sind irgendwo Na, mal gucken Auch ein bisschen Energie aufnehmen Ähm, Rotor Und das aufnehmen Minotaurus Horn Und schon haben wir wieder Unsere gelbe Anzeige verlängert Sauber Sehr gut Und hier sind wir In einem kleinen Labyrinth Poseidons Kammer Ach ja Jetzt weiß ich wo Wo wir hin müssen So blöd Kleine Rätsel Aber Ich finde die gehen eigentlich Ah, kommt jetzt her So Äh So Ich hab mir Ihren blöden Schirm wieder So Ich hab jetzt mal einen Hund Die nerven nämlich Ein bisschen Ein bisschen So Ah, ah Na, komm her So So Das war's auch mit ihm. Sehr gut. So. Wir... Ach, hier sind dann die Stadt und Stürm. Die kommen ja auch noch gleich als Gegner. Egal. Die machen wir schon platt. Also eigentlich nicht wirklich gleich. Alles klar. Jetzt kommen wir hier durch. Dennoch kommen wir eigentlich nur bis hier hin, weil die sich zu schnell schließen. Deswegen werden wir in die Richtung gleich weitergehen. Obwohl, ich könnte ja eigentlich noch... ...muss ich nicht da hin. Dann kann ich nämlich noch... ...das hier aufnehmen. Naja, und zwar... Nein. So. Na, Mann! Ich stehe davor und nichts macht... Er macht nichts. So. Hier dürfte eigentlich erstmal nichts sein. So, in die Richtung müssen wir. Du bist Kratos. Bitte. Nein. Ich brauche deine Hilfe nicht. Die ganze Zeit schreit zur Hilfe und dann sagt sie, braucht man eine Hilfe nicht? Alles klar. Na gut. Aber wir werden sie erst... Wir retten sie trotzdem. Aber wir werden sie gleich erst retten. Denn ich werde jetzt nämlich Schluss machen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr. Es ist auch schon etwas spät. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ich sage, auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.